In denne Video wissen wir die generale Vorschriften von Engels Funktionen. First thing, eine Engels Funktion ist eine Funktion der Vorschriften. Das ist die generale Vorschriften. Das ist der Format. Das ist AXIN plus BX plus C. Grund, dass die Engels Funktionen für die wissen, ist, dass du auch eine Aplüfte. Du hast die Aplüfte und die Aplüfte. Für Exempel, wenn du hier geschrieben hast, AX6 plus BXCN plus CX plus D. Wenn du hier die höchste Vorschriften von 6 bist, bist du eine 6-Forschriften Funktion. Also, es ist wichtig, dass du eine generale Vorschriften von Engels Funktionen. A, B und C sind eine konkrete Vorschriften. Das ist die Nr. Und das ist die Nr. Das ist die Nr. Du kannst du eine A und B und C sagen. Das ist die Nr. Also, ich will das, dass die N-Gerz Funktionen der Vorschriften von Engels Funktionen. Okay, und dann kann sie, so dann hier oben. Wir sehen hier, wir haben drei Fuskelia-Schlags, oder, praktisch, drei Graph hier, oder drei Parable. Und wir sehen hier, wenn ihr Grahn, wenn ihr Parable, die Pire-Up, dann ist er Convex Parable. Pass auf, man geht es hier Glil-Smiley, aber in Mathematik, wenn ihr ein Glil-Smiley, wenn ihr Faktisch ist, Convex. Und derfor, wir haben hier V-Store, so ihr könnt es Convex. Wie betyder Glil, som hier, Glil-Smiley, und den hedder Convex Parable. Det kann sein, dass ein anderes Schlags, wo es Grinnen ist, 0L. So, den hedder Concave. Ich habe hier, ich habe gesehen, dass es eben so ist, so ihr könnt, dass es so ist, und so ist das. All die L, das kann sein, enten es ist Convex, oder es ist Concave. So, folie ist es auch Convex. So, das kann nur 2 Schlags-Graf, 10 Engels-Funktion, und 1 mehr. Passport, das kann nicht, wer denne, oder denne, oder denne, der inneren Stimul, enten auf, oder nill, Convex, oder Concave. Okay? Let us nun kommen, wieder zur Generale Fortschrift. Okay? Som sagt, ich habe hier gesagt, eine Generale Fortschrift, siehe, Generale Fortschrift, siehe, so dann hier, okay? Und, let us see, was denn es ist? For example, ein Engels-Funktion kann siehe, so dann, oder so dann, oder so dann, oder so dann, siehe, alle, malicht. Men, es kann konzentrieren, okay? Muske, ich will kommen hier, let's see, na, muske, first, hier, wie siehe, a, b, o, c, okay? Som sagt, we will got, Generale Fortschrift, a, x, c, n, und passport, so folie, in Gangi, man, hier, b, so siehe, sit in Gangi, okay? a, b und c kenne es Koeffisient, okay? Und wer ist a? a ist ein Tell, der liegt voran x i n. Passport, ich gehe, dass a ist kun ein Tell, okay? So a ist ein Tell, der liegt voran x i n, b ist ein Tell, der liegt voran x, oder casey, ich habe sagt, a ist Koeffisient der x i n, b ist Koeffisient der x, und c ist faktisch bare ein Tell, du hast ingen x, okay? So die drei Dinge kenne es Koeffisient, und som sagt, tilliege ich habe sagt, a ist, ich gehe, wie ein Null, warum? Fordi, wenn a ist 0, let us say, a ist 0, okay? So ich sehe 0 gange x i n, so das betyder, den hele lull ist forsvunen, und wenn du nicht ein x i n, das ist keine Engelsfunktion mehr, so es ist wichtig, dass in ein Engelsfunktion, a ist äldre 0, okay? Let us see, ein premier exempel. Let us see, ich habe eine Engelsfunktion, die sehe so den hier, und ich späge, ja, w ist a, b und c. Klicke erst auf e, und som, ich will, gott, e ist Koeffisient der x i n, so klicke tell, kun tell, pass auf, a, b, c ist kun tell, so den Tell, der liegt voran x i n, welchen Tell habe ich? Ich habe Tell, 3, okay? so e ist 3, denn Tell, der liegt voran, er bleibt gange mit x, b ist 6, und den Tell, der ist zu erlinnen, ja, kann Gott sie, der ist minus 4, der ist für e ist 3, b ist 6, und c ist minus 4. Let us tell an example, okay? Here, wir haben eine Engelsfunktion, minus x i n plus oder. e, wer mit e, willken nummer, liga voran x i n, kc, der bleibt minus, wer betula, der minus betula, du ha eit, u schunli, minus it, gange x i n, ja, behorst, for example, wisst nun, jetzt hier minus x, let us see, jetzt hier minus x, der simpel hand betula, du ha eit, minus it, gange x, eller wisst, jetzt hier ba x, der betula, der ba it, gange x, so du ha eit, u schunli, tell it, wisst, der ba x, eller wisst, du ha eit, minus x, der betula, so her, yaha half dit minus, also der e mega vikthi, liso snartier's coefficient, enten a, b, eller c, eit negative tell, so husk paranthiis, der vikthi is ette paranthiis, for di c na noe khi, ga yah will see, wofor der vikthi, ok, so lino, l till skreev, inni paranthiis, ok, b, wo e mit b, yah khe got si, yaha ingin x, kai si, ha yannu un x hier, so foli yaha x i en, man yaha ingin x, de bitula, vis yaha ingin x, de bitula, b e nul, for di nul gange x, var nul, de bitula, den hele lill, e forstunen, so b e nul, ha yannu un tell, yoh, og det e ode, og derfor, c e ode, det er vikthi at i forstå, et b e nul her, for di mange sier, b e ode, b e ik e ode, b e eit, coefficient, e x, de bitula, den tell, de store for an x, for di x e ik her, de bitula, de e nul, let us see, put an example, again, vilken tell stå foran x i en, de e e tu, so e e e tu, vilken tell stå foran x, de e eit usunli minus in, pas puja has lagt, parantese, minus in, og v e mit x, stå de nun teller lillen, nai, de bitula, c e nul, let us click på en, vier example, kon x i en, ok, so is que ja si, v e e b c, e e eit usunli tell it, de store foran x i en, selvfølgelig det stå ingen x, eller ingen tell, det betyder, det skal være nul gange x, så b e nul, og plus nul, og c e nul, derfor b e nul, og c e nul, så jeg håber nu, også se, kik her, for eksempel, hvis nu jeg kigger hervidde, det er også normal nemt, det forstår, e e e tre, b e e fire, c e minus ni, e e minus sju, b e e nul, kan I se, b e nul, og c e tre, a e e it, b e e minus tre, og så c e nul, a e e minus tu, b e nul, og c e også nul, a e e od, b e nul, c e tu, a e minus tre, b e minus it, og c e minus six, ok, så det er meget viktig at det forstår, v e e a, b, c, og vartan, c er en generale forskrift, ok, jeg vil også gerne gi it example, det er ve, bichula, precise it angles function, it angles function, er ligesom, enten, som sagt, e halagaal sagt, enten, det er vil go up, eller nul, for example, nu ja viser it, a scatter example, ok, let us see, på x axon, du har scatter 1% i denmark, let us see, ok, og let us see, på u axon, det er voh maal staten, har full scatter intact, det bichula, not du bichelle, a scatter 1%, voh maal staten, vil få, jakhi gott si, 9%, for example, vis det er 2%, 2%, 12%, 4%, 3%, state vil få, penge, 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 men li plus li, vis nu ja see, let us see, ja see, 4% skat, so state vil ik få penge, wofur suon si, for di, vis det er ekstremm mal skat, folk gilla ik arbeid, de vil si, wofur sker bethel somal penge, eller somal skat, so de ha ik lusthi arbeid, so de bethula, it skat funksjon, kai vi a sodden, wo de steer, intil it punkt, og den hela faktisk top punkt, det vil vi se lite, siena i mere detaili, ok, li nu ba husk, den steer, 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 no på top, også begunne et fælle, sammen mål, du kan også heer noen funksjon, de er sodden her, sodden her, wo de fælle, 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 og li plus li, begunne et stil, ok, so alt i alt, en gas funksjon, kan vi a kontro slags, wo de er convex, og wo de er concave, og i denne video, de er maal vittji er de forstow, v er a, b og c, og hvorfor a isk er, ekev er null, og det er,